So, willkommen, herzlich willkommen zu unserem ersten Tutorial, wo wir richtig in die Erstellung von solchen Graphs gehen. Und ja, selbstverständlich wollen wir hier was Cooles draus bauen. Das heißt, was wir machen wollen, ist, wir wollen Plotly Express verwenden. Das ist eine Extra-Library, damit alles ein bisschen schneller und einfacher geht. Und das importiert man normalerweise als PX, weil man möchte ja schnell und einfach sein, okay? Also Plotly Express. Und das ist uns, ja, das ist eine High-Level-Abstraktionsebene von allen Funktionen, die Plotly hat und reicht für die allermeisten Anwendungsfälle eigentlich aus. Natürlich kann man noch mehr ins Detail gehen. Natürlich gibt es da sehr, sehr viele Sachen, die ich euch nicht zeigen werde, weil einfach Plotly sich a ständig weiterentwickelt, b so viele krasse Funktionen hat und c, es gibt natürlich noch andere Sachen, die ich euch zeigen möchte. Ich möchte nicht nur Plotly auf meinem Kanal machen, das wird wahrscheinlich niemand mehr gucken. Das heißt, wir wollen, ja, wir wollen hier tatsächlich einmal ganz kurz uns angucken, wie einfach es ist, damit einen Plot zu erstellen. Und ja, es gibt jetzt auch verschiedene Arten von Plots, nicht nur diese hässlichen Bar-Diagramme. Okay, also PX.Data liefert uns ein paar Datensätze. Es gibt Wind, es gibt Iris, es gibt Tips, es gibt Stocks, es gibt Tarshare, Election und so weiter und so fort. Wir nehmen jetzt einfach mal Iris und schauen uns mal ganz kurz den Datensatz PORINT mit PORINT genau an und gucken mal ganz kurz, was da überhaupt drin ist. So, und wir sehen, die Daten sind hier Sepal Length, Sepal Width, Species, Species ID sind auch dabei. Das ist im Endeffekt, ich glaube, das ist was, also hat nichts mit den Augen zu tun, sondern das sind Arten von Irissen, also quasi die Pflanzenarten. Ihr könnt mal danach googeln, Cetosa Iris oder Iris Cetosa und Iris Virginica. Genau, das sind so ein paar verschiedene, nicht so wichtig. Auf jeden Fall, wir wollen jetzt diesen Datensatz hier mal drucken. Das ist quasi ein Beispiel-Datensatz, den euch Plotly Express einfach mitgibt, um das ganze Ding zu lernen. Was für mich zumindest sehr angenehm ist, um es euch zu zeigen. Und wir wollen jetzt hier mal einen Scatter-Plot als allererstes machen. Das ist etwas, was ihr wahrscheinlich erstmal machen wollt, um so einen Überblick über eure Daten zu bekommen. Wie sind die Dinger eigentlich verteilt? Dazu benötigen wir allerdings natürlich die Überschriften von unseren Kategorien. Das heißt einmal Sepal-Length und einmal Sepal-Width. Und genau, die Species werden hier als Color genommen. Und ja, wie machen wir das jetzt? Nun, wir bauen uns eine Figur wieder mal, einen Figure-Plot. Und zwar über Plotly Express. Und jetzt könnt ihr hier eingeben, was ihr gerne haben wollt. Also ihr könnt hier Bar machen, ihr könnt Box machen, Pie-Strip, Area, Bar-Polar, Choropleth und so weiter und so fort. Wie gesagt, wir wollen einen Scatter-Plot machen. Scatter-Plots, das zeige ich euch gleich, wie die Dinger aussehen, sind sehr, sehr gut, um Daten erstmal so in grobem Überblick zumindest mal sich anzugucken. So, auf der X-Achse wollen wir abtragen die Länge, beziehungsweise eigentlich die Breite sogar. Weil X-Achse ist die Breite und das wäre dann die Höhe. Ja, damit wäre die Länge wahrscheinlich eher sinnvoll auf der Y-Achse abzutragen. Das wollte ich nicht. Das wollen wir kopieren. So, ich bin immer noch im Linux-Modus. Ich wollte eigentlich mit STRG-Shift-C kopieren aus dem Terminal, aber ja, funktioniert nicht so gut. Okay, dann machen wir das hier. So. Und, also das ist quasi die Breite von der Blume und das ist die Höhe von der Blume sozusagen. Und die Farbe, die setzen wir jetzt auf die Spezien. Und das ist jetzt ein bisschen interessant, weil hier bei Spezien ist ja eigentlich nur ein String. Das heißt, Cetosa oder Virginica oder noch was anderes sind drei Sachen gewesen. Und wir wollen uns das jetzt mal hier angucken, wie das Ganze eigentlich aussieht. So, und hier sagen wir einfach mal Fick.show. Okay. Also, was hier passiert ist folgendes. Wir öffnen das mal. Ah, verdammt, falscher Bildschirm. Sorry. Okay. Also, was genau ist das jetzt hier? Nun, wir haben die Daten hier komplett abgetragen. Das heißt, wir haben hier einen Datensatz von sehr, sehr vielen Blumen. Irgendjemand hat die Dinger gemessen. Also, von der Größe, von der Breite, also von der Länge und von der Breite hier. Und wir können uns jetzt hier angucken, wie das ganze Ding eigentlich aussieht. Das heißt, wir haben hier die Cetosa. Die ist offensichtlich hier ein Punkt, da ist sie überhaupt nicht breit. Hier sind sie eher breiter und hier haben wir sogar den breitesten Punkt. Also, das heißt, wir haben hier so einen Ballungsraum in diesen Bereichen. Das können wir relativ einfach als Menschen ablesen, sage ich jetzt mal. Und das ist dann so unsere typische Cetosa. Das heißt, mit einer Breite so im Bereich von ca. 3 bis ca. 4. Bisschen weniger vielleicht, so 3 bis 3,5 ist so der Standard. Und vielleicht noch ein bisschen größer, je nachdem. Und ganz selten auch mal kleiner. Und dann kann das natürlich auch ein Messfehler sein. Dann sehen wir hier auch, die Höhe ist so, naja, so ein bisschen weniger als 4,5. 4,5 fängt es an bis so 5,5 ungefähr. Bei den anderen beiden, also Versicolor und Virginica, haben wir hier die roten Punkte. Das sind die von der Versicolor. Und die Virginica, die liegt hier ungefähr in diesem Bereich. Und hier kann man schon so grob ablesen, wo ungefähr die Klassen sind. Und dass man die Versicolor und die Virginica deutlich schwerer unterscheiden kann anhand von der Größe oder anhand von der Breite. Weil die von der Breite wirklich sehr, sehr ähnlich sind und von der Höhe oder von der Länge auch nicht gerade so unterschiedlich. Die Versicolor ist vielleicht ein bisschen kürzer. Aber sowas kann man schon relativ direkt ablesen. Deswegen ist es so wichtig, dass man Daten auch ansprechend darstellt. Dass man hier direkt sehen kann, was ist eigentlich hier gemeint. Und ja, mit so einem Datensatz kann man schon recht viel anfangen. Also das ist halt das Ding. Wir Menschen sind halt einfach visuelles Gewöhnen, wenn ich jetzt diese Daten interpretieren möchte. Ich kann es mir aber sogar noch ein kleines bisschen einfacher machen. Und zwar, wenn ich in meinen Scatterplot noch ein paar andere Sachen reinpacke. Und zwar wirklich auch sehr, sehr einfach gehalten. Also ihr seht es ja hier. Ich habe wirklich nur angegeben, welche Sachen möchte ich wie eigentlich abtragen auf meinem Scatterplot. Und schon habe ich quasi meinen Plot bekommen. Und jetzt kann ich hier sagen, ich möchte ganz gerne eigentlich auch noch was anderes reinpacken. Und zwar bauen wir jetzt uns nacheinander ein paar Features rein. Einmal Marginal X, das wollen wir als Box haben. Und Marginal Y wollen wir als, ähm, vielleicht als Violine haben. Und dann schauen wir uns das mal ganz kurz an, was ich hier gemacht habe. Ach, schon wieder falscher Bewertung. Was ist mit euch? So, ähm, hier kann ich jetzt schon relativ viel ablesen. Das heißt, ich kann schon mal direkt, also ich muss gar nicht mehr selber nachgucken, was ist eigentlich so mein, mein Durchschnittswert, wo sind eigentlich so meine Werte. Sondern ich kriege es direkt grafisch angezeigt. Ich muss quasi nichts mehr statistisch errechnen. Ich sehe das auf die, auf die Sekunde genau. Ich sehe hier direkt, ah, okay, der Median ist bei 5. Das sehen wir ja hier auch, wenn wir drüber fahren, ja. Der Median von der Mithosa ist bei 5. Und wir sind jetzt hier gerade, oder wo wir gerade eben so sind. Und das Maximum sind 5,8, das Minimum sind 4,3. Das heißt, wenn wir in diesem Bereich hier liegen, wenn wir hier irgendwo in diesem Medianbereich in der Mitte liegen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass es eine Mithosa ist. Während hier haben wir natürlich, also das ist jetzt auf die, auf die Länge abgetragen, ja, auf die, auf die Y-Achse. Damit wir hier das Ganze auch sehen, hier haben wir den Median von 5,9. Und hier haben wir den Median von, also hier sehen wir auch die Qs, die Quantile. Äh, hier haben wir den Median von 6,5. Und hier oben haben wir das Ganze mit Violine gemacht. Ähm, kann man natürlich machen, wie man möchte. Ich wollte euch einfach zwei verschiedene Sachen zeigen, auf jeden Fall. Ähm, und zwar haben wir hier einmal den, äh, das erste Quantil, den Median, das Minimum, das Maximum hier oben, weil das Maximum ist ja hier wirklich ein Outlier. Und das Q3. Das heißt, zwischen Q1 und Q3 sind wahrscheinlich die allermeisten der Pflanzen. Während sie hier schon ein bisschen getrennter sind. Und jetzt können wir hier tatsächlich auch Vermutungen anstellen, wenn wir einen neuen Punkt irgendwie bekommen würden, ähm, oder wenn wir zum Beispiel einfach draußen rumlaufen, wir sehen eine Iris und wir haben eben nur diese Sepal-Length und Sepal-Width. Ähm, und ich muss die jetzt von Hand messen von mir aus und dann kann ich sagen, ah, okay, das ist hier. Dann ist es höchstwahrscheinlich eine Citose. Ah, das passt ja sehr gut. Das liegt ja auf genau 3,4 Breite. Und dann habe ich... Sorry. Und dann habe ich quasi das, was ich hier machen möchte. Also kann ich das quasi einteilen. Ja, ähm, somit kann ich hier relativ schnell sehen, wie das Ganze eigentlich aussieht. Übrigens, wenn ich hier ranzoome, dann sehe ich hier auch die rangesoomten Elemente. Also ich kriege das hier quasi mit übertragen weiterhin auf der Seite. So. Ähm, gut. Jetzt gibt es aber noch mehr, was ich euch zeigen möchte, was euch auch helfen kann. Also das sind diese Marginals, die werden außerhalb angezeigt. Wir können aber noch was innen reinschreiben. Und zwar, wir können hier eine Trendline setzen. Die Trendline, ähm, nehmen wir einfach mal die OLS-Trendline. Die Trendline sieht folgendermaßen aus. Wenn ich das jetzt hier starte, ähm, dann sehen wir hier, wie die Linien eigentlich aussehen. Das heißt, ähm, Blumen, die vielleicht weniger breit sind, sind natürlich auch weniger hoch im Normalfall. Wir sehen hier auch diese Korrelation, wie die beiden Linien zusammenhängen. Ähm, eine Sache hierfür noch. Ähm, ihr müsst dazu vielleicht eine neue Bibliothek installieren. Ähm, das könnte zumindest passieren. Und zwar unter pip installen. Oh, pip wird farbig markiert. Das ist ja geil. Neues Update gekommen. Sorry. Habe ich gerade zwischenzeitlich mal kurz aktualisiert. Ähm, pip install stats models. Mit einem S hinten dran. Dann habt ihr auch die Möglichkeit, das zu tun. Ähm, genau. Und wenn ihr es dann ausführt, dann bekommt ihr hier eben, ich mache das nochmal ganz kurz. Gut, dann bekommt ihr, ja, diese Trendlines hier, die euch quasi das hier berechnen zwischendrin. Und dann habt ihr eigentlich einen relativ guten Überblick direkt über mal euren Datensatz, was da eigentlich so gerade passiert und wo die Daten eigentlich liegen. Und wenn ihr dann, wie gesagt, einen neuen Datenpunkt findet, dann könnt ihr relativ schnell von Hand zumindest sagen, wo das Ding eigentlich ungefähr reingehört. Ist natürlich hier auch ein recht einfacher Datensatz, den ich mir hier ausgesucht habe. Aber trotzdem ist es ziemlich cool. Gut, das war es von meiner Seite wieder. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.